Ein neuer in dem Pack, ne? Hä? Wie? Die gewollte Fahrkälte. Wo ist die scheiß Revers, Mann? Das sind die vier aus der Collection. Vielleicht haben die mich gescannt. Das ist so eine kleine Collection. Mit Glurath als Collection Card. Und wieder eine XXL-Karte. Ach, brauchst du dich aufheben, ey. Genau, GTA 5 übrigens, ne? Nicht YSDRA 3 oder so. Und da sind auch viele alte Karten drin. Und alte Pokémon, also die überhaupt keine Angst haben. Nein, genau. Nicht, dass ihr jetzt denkt, boah, die ganze Scheiße kennen wir nicht. Alleine, wenn ich diese Hidden Face-Tüte hier schon raushole, da wisst ihr schon, was da drin sein kann. So, da haben wir schon mal eine geile Karte. Da kann jetzt auch Schmutz in dem Pack sein. Hier haben wir schon mal eine Glurath. Tin Boxen oder Collections. Auch weil da auch nicht so viele drin sind. Ja, genau, schmeißt du unten hin. Dann machen wir die nächste Code-Karte nochmal raus. Ja, the next Code is for you, K6. Vielleicht nimmt der die Code-Karten auch. Ich weiß nicht, wer sich die gerade abgreift. Falls die überhaupt jemand abgreifen will. Der andere, die bestimmt schon... Ich glaube, der sitzt gerade aktiv da nebenbei. Weil er hat ja schon geschrieben von Tanks for the Codes. Aber lasst doch. Lasst doch den Scheiß. Die Codes kommen immer nach und nach, falls ihr Bock habt. Wieder die Arena, kennen wir schon. Digga, das dritte Mal schon mehr war. Aber sieht trotzdem selbst im dritten Mal noch nice aus. Das war jetzt die Pipi-Version. Das Pipi? Ja, dann war das von wirklich Pixi. Das ist eine der Action-reichsten Flagmons, die ich kenne. Digga, die sind immer zusammen. Ja, Flagmon und Caporo immer nacheinander. Kommt schon eine gute Nähe. Und noch ein Pikachu. Ich dachte echt, das Ding ist eigentlich recht selten. Ich sehe noch ein Pikachu. Wie, der Volto? Der Ball. Kein neuer in dem Park, ne? Hä? Wie? Die gewollte Fahrkälte. Wo ist die Scheiß-Revors, Mann? Digga, weißt du was? Das sind die vier aus der Collection. Vielleicht haben die mich gescammt. Äh, tatsächlich, Alter. Die anderen den Packs waren gerade die aus dem... Aus der ETB. Ja, ja, das Ding wurde neu zugeklebt. Oh. Denkst du? Denkst du? Oder wurden die gewohnt? Nee, hier steht endlich mal ein Ort drin. Alter. Alter. Ist da ein Ort drin? Nee, aber man sieht schon hier oben, dass es... Das ist... Nee. Dich auch, der Gäste. Guck mal, wie leicht es geht. Alter, what the fuck? Mann, was ist das? Scheiße, Läde. Ich habe den Kopf aus der uns gelassen. Erf in den Schiff, Freunde. Die Kommentare sind schon eingedünscht da unten. Ja. Der nächste Code für euch, Gäste. Nein. Däger, what the fuck, Alter. Aber guck mal, dass er dann... Was ist das hier? Däger, what the fuck? Oh, er hat... Oh, mein Gott. Was ist... Ja, aber guck mal, wie viele Energiekarten er reingehauen hat. Wieso könnte er die noch... Nein, halt mein Maul. Die hat er gar keinen Bock gehabt, Dig, ey. Wieso könnte er uns doch eine Holo... Die hat er doppelt gehabt, glaub mal. Äh, Dig, alter, what the fuck? Der muss ja der Evo mit Ulu-Kleber hier schnell zugemacht haben. Alter, guck mal, rettern Sie Wurst. Leo, was haben wir auch noch nicht? Leo, was können? Ey, was ist das für ein Affengesicht? Dig, die Eile wird so durchgedreht, ne? Halt einfach mein Maul. What the fuck? Aber war ja sicher günstig. Ja, ich glaube, für den Fates, da habe ich mir Achi gelassen. Da lachte, da lachte, alter. Ja, schreibe ich mal, danke wenigstens Aquana. Danke, dass du wenigstens das Aquana gegönnt hast, schreibe ich Ahnung. Das ist aber von diesem Cardmark, da kann man sowas melden. Und bei Cardmark hast du... Ja, da kann man melden. Und ich habe extra, ohne Witz, ich habe extra darauf geachtet, nicht bei Leuten zu bestellen, die ganz wenig Bewertungen haben oder negative. Ich habe nur bei Leuten mit vielen und positiven Bewertungen. Ja, das ist auch richtig. Und ja, aber dann wirst du trotzdem gescampt von so einem Affen? Den wirst du jetzt sehen.